Okay, wir merken uns, bei diesem Rezept braucht man Tapioca-Stärke. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon in meinem Raddress, es ist 8 Uhr oder sowas und ich fahre jetzt in die Stadt und habe mir gedacht, ich fahre mit dem Fahrrad, also mit dem Rennrad, deshalb sehe ich auch so aus, weil der Sattel ist auch schweinehart von diesem Rennrad, das heißt ich brauche auf jeden Fall so eine Rennradhose. Ja, und da tüßen wir jetzt mal runter, denn ich mache, Freddo, wir müssen wieder einige Sachen bauen und verschicken und sowas. Das war wohl nichts mit der Drohne, ich wollte hier auf so einem Fahrradweg fliegen, da war aber auch nichts los, heute Morgen. Aber irgendwie muss man die Höhe fliegen, damit das Ding richtig fährt, also richtig fliegt und das hat nicht funktioniert. Auch noch? Ja, ja, alles gut, danke. Das ist ja sehr nett. Hier, fragt einer, ob alles in Ordnung ist, so lobe ich mir, das ist, so müssen alle drauf sein irgendwie, wenn man irgendjemanden sieht, der irgendwie ein Problem hat oder sowas, ich habe ja kein Problem, aber mein Fahrrad liegt halt so da, als ob ich gestützt wäre. Ja, nett, netter Mann, danke. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, der Mann hat mich gerade völlig rausgebracht, dass ich mit der Drohne hätte höher fliegen müssen, aber da waren überall Büsche und deshalb hat es nicht funktioniert. Ja, jetzt fahre ich einfach runter. Ich bin hier gerade am Sleeves schneiden für die Rollen, also die kommen ja so in die Rollen drumrum und ist schon krass, wir machen das jetzt drei Jahre oder sowas, in Neuseeland hat es eigentlich da angefangen oder kurz davor und am Anfang war das halt echt mini mini klein, wir sind immer noch richtig klein, aber jetzt verkaufen wir wenigstens einigermaßen viele Bretter und können jetzt so ein bisschen davon leben, also wir haben uns bis jetzt immer noch fast nichts ausgezahlt, aber jetzt haben wir halt irgendwie auch ein bisschen Kapital, um zu investieren, also vielleicht geben wir jetzt so ein bisschen die Produktion ab oder bauen irgendwie eine eigene Produktion auf, hier mit 450 Euro Jobber oder sowas, mal schauen. Also es ist spannend, man lernt mega viel dazu und ja, ich werde euch da auf jeden Fall so ein bisschen mitnehmen, wie sich das Ganze jetzt so entwickeln wird, weil das ist jetzt schon so ein bisschen ein Umbruch bei Bretter, weil jetzt ist es nicht mehr so neben Studium und neben allem, sondern jetzt muss man halt gucken, wie man alles unter den Hut kriegt, wie das Ganze noch wirtschaftlicher wird, also wir sind jetzt schon auf dem guten Weg und es funktioniert eigentlich ganz gut, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das Ganze irgendwie hinkriegen, dass ich und Vale ja nicht die ganze Zeit irgendwie hier die Bretter machen und sonst nichts machen können, deshalb müssen wir gucken, wie wir das irgendwie ein bisschen abgeben können oder verändern können. Guten Morgen auch mal von mir jetzt endlich, ich habe hier die ganze Zeit irgendwie rumgewurschtelt, mich fertig gemacht und geschminkt und ich habe mit meiner Mama telefoniert und jetzt muss ich noch meine Haare machen und werde dann ein Video drehen und zwar kam das schon am Donnerstag online, also ein 20-something-Video zum Thema, warum ich kein BH mehr trage. Also erzähle ich alles in dem Video, was ich gleich drehen werde, aber ich habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, das zu erzählen, dass ich eigentlich dazu gar kein Video machen wollte und mehr so eure Kommentare mich darauf gebracht haben, weil mich so viele fragen. Also eigentlich dachte ich, das ist völlig irrelevant und das interessiert keinen und ist doch scheißegal, ob ich ein BH an habe oder nicht, aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das nicht egal und deswegen habe ich da vielleicht ein paar Sachen zu zu sagen. Ja, also wenn es euch interessiert, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, ich freue mich. Genau, da möchte ich auch so zeigen, was ich stattdessen trage, wenn ich mal nicht so einen Top trage, wo man eben obviously nichts drunter hat. Genau. Ich habe das Video gedreht und geschnitten, ich habe mich echt beeilt, also mit dem Schneiden, nicht mit dem Drehen, da kann ich mich gar nicht beeilen, sondern da muss ich mir Zeit lassen. Und jetzt ist 10 nach 1, sprich, das wird alles locker easygoing hinhauen, es exportiert gerade, es war riesig, ich glaube, das Video ist 4 GB groß oder so. Das ist immer irgendwie bei diesen Talk-Videos, weil die dann ein bisschen länger sind und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie werden die dann immer ginormous. Ich exportiere die halt auch immer in sehr gut, weil ich finde, das macht einen Unterschied, weil die dann so crisp, so klar und scharf sind und man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde ich direkt vor einem sitzen, ich mag das. So, und jetzt gibt es was zu essen und zwar Bowl-Reste und die sind in einer Bowl und in einer Schüssel genommen nicht, deswegen sieht das aus, hätte ich das jetzt so schön hingerichtet, aber tatsächlich habe ich das ab gestern Abend, ganzen Reste da rein, Deckel drauf. Es gab nämlich neulich bei Aldi diese Schalen hier und die sind so faltbar. Also das finde ich sehr praktisch, weil wir nämlich in den Schränken nicht mehr so viel Platz haben. Tatsächlich, ich finde die Schrankaufteilung in der Küche semi-optimal. Deswegen brauchen wir flache Schalen und da fand ich die sehr gut. So, random, jetzt Food. Ich habe mir gerade einen Smoothie gemacht. Könnt ihr euch noch an diesen Becher erinnern? Den habe ich früher in irgendeinem Video mal gezeigt. Okay, ich sollte nicht gerade tatsächlich trinken und reden. In dem Smoothie ist eine gefrorene Banane drin, noch ein bisschen mehr vielleicht. ein Espresso, Kakaopulver und aufgegossen mit Hafermilch und dann noch ein paar Haferflocken rein. Das schmeckt sehr, sehr gut. Das schmeckt nämlich jetzt so durch den Espresso so ein bisschen herber und nicht so pappsüß und so schokoladig und mit Haferflocken drin. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ich koche mir jetzt was und zwar wird es bei mir heute Abend Pfannkuchen geben. Also die mache ich nicht da drin, sondern in der Pfanne. Aber da drin mache ich mir eine Füllung und hier mische ich mir gleich die Pfannkuchenmischung an. Ich habe hier bei Eat This geschaut und das sind die Zutaten für die, also Crêpes. Keine Ahnung, ob das Crêpes werden oder ob ich die zu fett mache. Das werden wir dann sehen. Ähm, Tapioca-Stärke habe ich nicht. Ich nehme einfach Speisestärke. Das wird wohl ähnlichen Effekt haben. Genau, und dann muss ich mal gucken, was ich mir für eine Mischung mache. Ähm, wir haben hier noch eine Zucchini vom Balkon, die wir neulich schon benutzen wollten. Deswegen ist sie hier drin, weil die Enden abgeschnitten sind. Ähm, und die werde ich mir einfach mit Zwiebel anbraten und ich glaube ein bisschen gefrorenen Grünkohl dazu. Vielleicht ein paar Kichererbsen. Und, äh, dann, keine Ahnung, mache ich mir das da alles irgendwie in diesen Pfannkuchen rein. Irgendwie sowas. Äh, okay. Wir merken uns, bei diesem Rezept braucht man Tapioca-Stärke. Speisestärke wird nicht so geil. Das ist eine Fetzen-Landschaft. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Hm, hm. Ich habe hier auch gerade nochmal nachgelesen. Jörg von Eat This hat nämlich geantwortet, dass Tapioca-Stärke das besonders elastisch macht. Also, ja. Das ist hier nicht der Fall, ne? Vielleicht mache ich dann irgendwie so... Sehr dünnen Kaiserschmarrn, der ganz anders ist als Kaiserschmarrn. Zerfetzter Pfannkuchen. Auf jeden Fall, die Füllung ist fertig. Genau, wie ich gesagt habe. Grünkohl, Kichererbsen, Zucchini und Zwiebeln. Ganz easy. Und dann habe ich nur Rauchsalz dran gemacht. Schmeckt sehr lecker. Also, ich habe es noch einigermaßen gerettet. Ähm, die sind jetzt nicht so richtig dünn geworden. Äh, sondern etwas dicker. Und ich habe einfach so kleine Pfannkuchen gemacht. Und habe den Herd ein bisschen heißer gemacht. Und, ähm, die sind jetzt halt nicht so schön flexibel wie Crêpes, sondern einfach Pfannkuchen. Und die Pfanne dabei so ein bisschen geschwenkt beim Reingießen. Ähm, dann werden die noch etwas dünner. Und, äh, ja, braun werden sie leider nicht. Wahrscheinlich, weil ich sie nicht lang genug drin lasse. Aber Crêpes haben ja eigentlich so diese Farbe. Also, stimmt's ja vielleicht sogar. Guten Morgen! Wir waren gerade eben einkaufen. Ähm, weil bei Lidl ist irgendwie vegane Woche. Oder ich weiß nicht, ob das letzte Woche war oder diese Woche von Anfang der Woche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es erst heute mitbekommen. Weil mir das jemand von euch auf Instagram geschickt hat. Hello! Hello! Und jetzt zeige ich euch doch mal, was hier unsere Ausbeute ist. Also, wie immer haben wir Pizza mitgenommen. Und zwar diese Bruschetta-Pizza. Und dann die Gemüse-Pizza. Dann gibt's hier außerdem gerade so Kokosjoghurt. Da gibt's Classic Mango und Erdbeer. Also, kein Plan, wie das schmeckt. Vielleicht waren das auch Fehlkäufe. Aber vielleicht nehmen wir das auch irgendwie zum Grillen mit am Sonntag. Da grillen wir nämlich mit Alex Family. Ähm, dann haben wir außerdem Eis gekauft. Und zwar ist das Erdnuss-Haselnuss. Erdnuss-Butter-Haselnuss. Das stelle ich mir sehr geil vor. Das haben wir direkt zweimal gekauft. Und, äh, noch ein Vanille-Waldbeer-Sirup. Genau. So. Und was haben wir hier noch? Achso, dann gab's noch, ähm, Kichererbsenfossili und Rote Linsenfossili. Die kaufen wir sonst immer bei DM oder irgendwie so. Äh, ja, und ansonsten noch so ein bisschen anderen Kram. Ah, die hatten auch Kokosnusswasser. Ich weiß nicht, wer möchte es schon mal erzählt, bei Kokosnusswasser immer drauf achten, oder wir achten immer drauf, dass pro 100 Milliliter nicht mehr als 5 Gramm Zucker sind. Ähm, weil sonst schmeckt's richtig künstlich. Und hier sind nur 2,7 drin. Also das ist dann wirklich gutes Kokosnusswasser. Also leckeres und nicht so künstlich süßes. Deswegen haben wir das noch mitgenommen. Und dann gab's da auch noch so Rote Linsen-Spaghetti. Äh, Brot. Süßkartoffeln, Tomaten. Salat. Und dann hab ich mir noch so Nähgarn geholt. Mal gucken, ob das was taugt. Aber wir haben noch so ganz, ganz Schlechtes. Und, ähm, ja. Da wollte ich auch mal wieder Neues haben. Und jetzt düse ich schon wieder nach Karlsruhe. Ähm, diesmal kommt Alex aber nicht mit. Ich helfe meinem Opa, seinen Kleiderschrank aufzuräumen. Ähm, der ist nämlich ein bisschen chaotik. Und da kommt er nicht mehr so gut dran und so. Und deswegen machen wir da klar Schiff. Ähm, genau. Das war der Plan für heute. Und in einer Stunde, hab ich gesagt, bin ich da. Deswegen sollte ich jetzt dringend losfahren. Genau. In unserer Wohnung ist es verdammt warm. Wir haben so einen Ventilator, den hatte Alex noch in der WG. Ähm, der pustet die ganze Zeit und es bringt nichts. Es bringt gar nichts. Außer, dass die warme Luft rumgewirbelt wird. Aber kühl ist das deswegen auch nicht. Katzen sind auf jeden Fall richtig platt. Also. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man so ein Fell hat. Hm. Like me in Winter. Hallo, auch mal von mir. Ich bin gerade am Videoschneiden. Also mein Video. Und vielleicht schneide ich sogar zwei. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich das, die zwei Videos, die ich die Woche gedreht habe, dass ich die auch beide schneide. Und es ist, heute ist echt richtig warm irgendwie in der Wohnung. Also so langsam, wenn es so lang halt ist, heizt sich auch irgendwie unser Haus richtig krass auf. Naja, ist auch okay. Und ich habe heute Morgen, ich bin aufgestanden. Weil gestern kam ein Paket an. Und ich war ja gestern den ganzen Tag weg, Brenner machen. Und da kam ein Paket an. Und das habe ich heute Morgen, oder gestern Abend direkt noch aufgemacht. Und heute Morgen habe ich schon getestet. Und so. Und es ist so geil. Weil ihr könnt euch so drauf freuen, das wird so ein cooles DIY werden. Und ach, das macht mich richtig, richtig glücklich. Es ist, hat was mit Sport zu tun und Outdoor und sowas. Und ist auch ein bisschen elektrisch und sowas. Es wird sehr cool. Und dazu gibt es auf jeden Fall ein Video auf meinem Kanal. Ähm, ja, ich freue mich riesig drauf. Okay Leute, es ist jetzt kurz vor sechs oder kurz nach sechs. Irgendwie sowas. Und ich verlasse das Office. Es ist, oh, Mann, es ist so warm. Ich habe schon lange nicht mehr so geschwitzt in unserer Wohnung den ganzen Tag. Und jetzt repariere ich was. Und zwar könnt ihr hier diese Misere sehen. Das ist irgendwie der Halter von Marie. Und der ist so dermaßen wackelig. Und da zieht sie Dübel ein bisschen raus. Und ich versuche das jetzt einfach mal zu reparieren. Und dazu müssen wir aber erst mal runter in die Werkstatt gehen. Na. Das ist so. Dann wollen wir mal. Oh, ach. So, erst mal Platz machen. Und tadaa. Hält wieder bombenfest. Ten minutes six pack workout time. Marie hat es ja heute Morgen schon gemacht. Und ich will es auf jeden Fall auch noch machen. Deshalb mache ich das jetzt. Aber da es furchtbar warm ist, bläst der Ventilator mich jetzt an. Oh, je. Gut war es. Ich habe gerade noch ein bisschen mit Gewichten was gemacht. Und jetzt mache ich meine Standardübung. Die mache ich seit einiger Zeit. Und zwar ist es, damit man so ein bisschen aufrechter ist. Weil oftmals bin ich so ein bisschen eingefallen. Und das ist halt, damit man so Brust raus und aufrechter steht. Und da ist diese Übung mega gut. Also ihr legt euch hin. Ich weiß gar nicht, wie viel da drauf ist jetzt. Und geht auf jeden Fall hoch mit Arm und Bein. Und geht dann noch hinten so zusammen. Und dann wieder runter ein bisschen. Oben hoch, Füße hoch und hinten zusammen. Und dadurch trainiert ihr hier oben die Muskulatur, die ich aufrichtet. Die quasi der Gegenspieler zu den Brustmuskeln ist. Und die untere Muskulatur am Rücken auch noch. Und das mache ich immer 3x15. Und nach dem Training gibt es erst mal was zu essen. Und zwar habe ich mir gerade eine riesen Schüssel Salat mit Tempeh. Und dann noch die Kirche, habe so einen Grünkohl und sowas gemacht. Und dazu gibt es die Joghurtshose. Das ist dieses Kokosjoghurt, was wir heute gekauft haben. Riecht auf jeden Fall gut. Und schmeckt auch sehr lecker. Es ist 6. Morgen. Wie war es gestern noch? Schön. Also ich war einfach den ganzen Tag bei meinem Opa. Deswegen habe ich auch nichts geflockt. Und ich habe ihm ganz viel geholfen. Und er hat sich sehr gefreut. Und dann bin ich glaube ich um 10 zurückgefahren oder so. Also ich war auch dann erst wieder ein bisschen später hier. Ja. Genau. Jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Und jetzt schlafen wir in den Tag. Ich gehe jetzt einkaufen. Ganz gechillt. Ganz gechillt heute. Heute können wir dann richtig heißen. Also heutzutage heißen Tag. Gut, wir haben es auch scheiße geplant. Weil wir halt irgendwie bis um halb 10 geschlafen haben. Und dann ist halt draußen schon vollen heißen. Dann kannst du nicht mehr richtig lüften. Aber es war so herrlich auszuschlafen. Ja. Naja, wir hoffen euch hat der Vlog gefallen. Ja. Ihr dürft ihm gerne einen Daumen nach oben nehmen. Oder ihn sogar kommentieren. Das wäre natürlich das Allerschönste. Das wäre natürlich wunderschön. Genau. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Genau. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Wochenende bisher. Und bis morgen. Bis morgen. Morgen wird es auch cool. Schönen Tag, Mittag, Abend. Nacht. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.